3. April 2019 15.56 Lena Gößling fungiert am Sonntag als Losfee-Fußball-Nationalspielerin Lena Gößling lost am kommenden Sonntag ab 18.00 Uhr im Rahmen der ARD Sportschau im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Begegnungen für das DFB-Pokal-Halbfinale aus. DFB-Vizepräsident Peter Fröhmuth amtiert als Ziehungsleiter. Die Sendung im 1. wird von Jesse Wellmer moderiert. Die Halbfinalspiele finden am 23. und 24. April statt. Das Finale wird am 25. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen. Alle drei Partien werden von der ARD und Sky live gezeigt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017